Starship-on-Orbit-Betankungstest schon bei nächstem Flug. Hubble-Weltraumteleskop nur noch auf zwei von sechs Gyros im abgesicherten Modus. Tank für letzten Flug der europäischen Vega landet auf Schrottplatz. Stokespace zeigt Bilder von erster Stufe der vollständig wiederverwendbaren Nova-Rakete. Iran will Menschen mit ballistischer Rakete in den Weltraum schießen. Zwei Sea-Launch-Raketenstarts aus Asien. Die NASA holt Indien auf die ISS. Und die Emirate verhandeln mit der NASA über eine Mondlandung. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. SpaceX hat eine Startzusammenfassung des letzten Starship-Flugs veröffentlicht. Das volle Video verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Auch diese Woche schrieb Elon Musk übrigens, dass SpaceX es bis 2033 auf den Mars geschafft haben muss. Ich habe viele Fragen von euch bekommen, warum es keine Onboard-Aufnahmen bei diesem zweiten Flug gab. Gab es doch. Einige wenige davon werden jetzt gezeigt. Ich vermute mal, weil es nach dem ersten Flug so viele schlechte Presse gab, wollte man beim zweiten Flug die Kameraperspektive nicht live zeigen, sondern nur im Nachhinein einzeln als Szenen veröffentlichen. Andere Möglichkeit, der amerikanische Gesetzgeber sieht vieles am Starship als wichtig für die nationale Sicherheit und hält daher unter anderem Stichwort Eiter einen Daumen drauf. In meinem Gespräch mit dem Ex-Space-Axler Hans Königsmann sagte dieser, dass sie bei SpaceX überall Engineering-Camps hineinpacken, wo sie erwarten, dass es etwas zu sehen gibt oder sich unsicher sind, was da passiert. Sobald dann Routine da ist, werden die Kameras dann entfernt. Von ein paar Jahren waren diese Kameradaten in der Telemetrie noch unverschlüsselt bei der Falcon 9 und Amateurfunker haben übrigens sich einen Spaß draus gemacht, diese Daten dann zu rekonstruieren. Letzte Woche ging es in den Starship-News um das Herumschwappen von Treibstoffen, im Englischen Slushing genannt. Der Space Engineer hat jetzt auf Anfragen der Community seine CFD-Rechnung über das Originalmaterial drübergelegt, damit man es sich besser im Kontext vorstellen kann. Vielen, vielen Dank dafür. Seinen Kanal, den verlinke ich euch, da wird es einen Deep Dive zu dem Thema geben. Wie diese Woche bekannt wurde, plant SpaceX für den nächsten Starship-Flug bereits einen Weltraumbetankungstest. Kurz zur Einordnung. Das Starship von SpaceX, das verwendet zwei kryogene Treibstoffe, flüssigen Sauerstoff und flüssiges Methan. Die Architektur des Starships als voll wiederverwendbare Rakete sieht nur einen Start in einen niedrigen Erdorbit vor. Um diesen Orbit zu erreichen, wird dann ein Großteil des Treibstoffs verbraucht. Um jetzt zum Mond oder sogar zum Mars zu kommen, muss die Starship-Oberstufe betankt werden. Dies erfordert den Start von Starship-Tankern, die dann Treibstoff in die Umlaufbahn bringen und dann entweder das Starship direkt betanken oder ein Depot im Orbit, ab dem sich dann das Expeditions-Starship komplett auftanken lässt. Übrigens eine Idee, die es schon zu Apollo-Zeiten gab und auch für den Vorläufer des Artemis-Programms diskutiert wurde. Im Rahmen eines NASA-Vertrags soll SpaceX jetzt die Übertragung von 10 Tonnen flüssigem Sauerstoff zwischen Tanks im Innern des Starships demonstrieren. Was die NASA dann schon als wichtigen Fortschritt der Technologie erachten würde. Das Ganze in Schwerelosigkeit und mit teilgefüllten Tanks mit lustigen Treibstoffblasen nicht so ganz trivial. Da muss definitiv irgendeine Form von Beschleunigung aufgebracht werden, aber genügend Kaltgas sollte ja durch die langsam abdampfenden Treibstoffe vorhanden sein. Aktuell vermutet man in der Community, dass die Übertragung des Sauerstoffs aus einem Haupttank in den Sauerstoff-Header-Tank erfolgt. Also baulich nicht groß etwas am Starship geändert werden muss. Ja und wenn Starship aus einem vollständigen Orbit wieder zur Erde zurückkehren und dann auch heilpropulsiv landen können soll, dann muss das mit dem Header-Tank-Befüllen sowieso funktionieren. Also eine Fähigkeit, die SpaceX sowieso braucht, wenn es die vollständige Wiederverwendung realisieren möchte. Ganz interessant, aktuell plant man für den dritten Flug des Starships eine Landung im Indischen Ozean und nicht vor Hawaii, so zumindest die letzten Unterlagen für diesen Flug. Vielleicht ist die Rückkehr-Flugbahn mit Ziel Hawaii ja initial und sollte der Brennschluss für diese Flugbahn erreicht werden, würde man dann einen Deorbit-Burn versuchen und dann im Indischen Ozean landen. Für diesen Deorbit-Burn bräuchte es dann auch die Teilstoff-Transfer-Demonstration. Das ist aber nur meine Idee dazu. Schreibt mir und den anderen doch gern unten in den Kommentaren, ob du das für plausibel hältst. Laut NASA soll die Übertragung cryogener Flüssigkeiten und die Messung der Füllstände weiterentwickelt werden. Etwas, das die NASA aktuell als eines der Schlüsselrisiken für die groß angelegte Treibstoffübertragung von zukünftigen Crewmissionen wie Artemis 3 sieht. Wie ich durch meinen Kumpel Felix von Whataboutit weiß, gibt es wohl für den Wiedereintritt ein neues Konzept. Zumindest wurden in der Starbase jetzt neue Befestigungslösungen für die Keramik-Hitzeschutz-Kacheln gesichtet. Aktuell sieht es für mich so aus, als sollen die Kacheln einfach nur verkleinert werden und die Befestigungsvins bleiben bzw. in entsprechend engeren Abständen gesetzt werden. Und nur der Vollständigkeit halber, in Boca Chica wurde die Weem Street in Meme Street umbenannt. Hier kann man wohl annehmen, das geht auf die Vorliebe des SpaceX-Chefs dieses Formats zurück. Der erste Starship-Flug mit Crew soll ja im Polaris-Programm des Milliardärs Jared Isaacman erfolgen. Der Termin für die erste Mission mit EVA Polaris Dawn wurde bisher aber immer weiter verschoben und ist aktuell für 2024 geplant. Das wäre mit einem Dragon-Raumschiff und einer Falcon 9. Als potenzielles Ziel von der zweiten Mission im Polaris-Programm wurde eine Service-Mission zum Hubble Space Teleskop vorgeschlagen, für die es bereits eine Kooperation mit der NASA gibt, wobei die NASA immer wieder betont, bisher sei da kein Geld geflossen. Kommerzialisierung im Weltraum, für mich ist es da nur eine Frage der Zeit, wann Astronauten nicht mehr diese staatlichen Alleskönner sind, die man auch gut neben Politiker stellen kann, sondern spezialisierte Servicekräfte, die von privaten Firmen ausgebildet werden. Ja, und ich bin mir absolut sicher, dass Isaacman es auf diese Ausbildung abgesehen hat. Seine Firma Drake International, die bildet ja heute schon Piloten für das US-Militär und für Rüstungsfirmen aus. Jetzt muss man sagen, die Hubble-Servicing-Missionen wurden ja von den erfahrensten NASA-Astronauten überhaupt durchgeführt. Ob die NASA in absehbarer Zeit Jared an dem Hubble rumfummeln lässt, ja, wie realistisch ist das? Ganz zu schweigen davon, dass Dragon aktuell ja nicht die Fähigkeiten des Space Shuttles hat. Das lasse ich also mal so stehen. Trotzdem sollten wir das Thema auf dem Zettel haben. Das Thema Hubble-Servicing wurde diese Woche wieder heiß, weil aktuell von den sechs Gyros von Hubble nur noch zwei einsatzbereit sind und das Weltraumteleskop sich jetzt in einem Sicherheitsmodus befindet. Gyros sind mechanische Bauteile mit begrenzter Lebensdauer und ein sehr häufiger Grund von Ausfällen bei Raumfahrzeugen. Auf der ISS gibt es zum Beispiel immer Ersatz. Mein Video zu dem super spannenden Thema, das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Apropos Wartung, eines der nächsten großen Weltraumteleskope, das Habitable Worlds Observatory der NASA, das als James-Webb-Nachbar am L2 noch hinter dem Mond platziert wird, soll explizit für den Austausch von Instrumenten vorgesehen sein. Super cool, das ist doch mal die optimistische Zukunft der Raumfahrt, die ich mir immer wünsche. Falls ihr noch coole, optimistische Weihnachtsgeschenke sucht, schaut mal Senkrechtstarter Merchandise an. Passender gekleidet für unseren Apollo-Moment, das geht glaube ich nicht. Ja und auch der Hinweis, dass es ab Januar erstmal kein Merchandise mehr von Senkrechtstarter gibt, weil wir an einer neuen Webseite bauen, um euch auch abseits von YouTube mit den besten Raumfahrt-News im deutschen Sprachraum zu versorgen. Für die absehbare Merchandise-Durststrecke könnt ihr euch aber jetzt erstmal im Dezember noch ordentlich eindecken. Hashtag Team Space Mein Bild der Woche ist schon 20 Jahre alt. Der Helix-Nebel umgangssprachlich auch als das Auge Gottes bezeichnet, ist mein absolutes Lieblingsbild des Hubble Space Teleskops. Damit möchte ich etwas anderes feiern, denn diese Woche vor 30 Jahren wurde das Hubble Teleskop repariert. Es gibt, glaube ich, wenig Instrumente, die unsere Sicht auf das Universum so geprägt haben, wie das Hubble Teleskop. Die Geschichte, warum es repariert werden musste und was für spannende Ideen die NASA sonst noch für die Reparatur hatte, dazu habe ich Videos, die verlinke ich euch unter dem Video. Hier ein kleiner Nachtrag zur letzten Woche. Neben dem südkoreanischen Erdbeobachtungs-Satelliten waren noch weitere Nutzlasten auf dem Falkan-Neinstadt am Freitag. Das ist leider an mir vorbeigegangen, deshalb hier der Nachtrag. Super spannend, zwei Kleinst-Satelliten der TU Berlin von jeweils 20x10x10 cm, in Fachkreisen auch als 2U bezeichnet. Die beiden Nano-FF-Satelliten sind die ersten Kleinst-Satelliten überhaupt, die in einem Formationsflug operieren. Ganz spannend dabei, die beiden Satelliten nutzen ein Heißwasser-Antriebssystem. Frei von giftigen Substanzen, wie zum Beispiel Hydrazin, kann das Antriebssystem die beiden Satelliten präziser manövrieren. Auch dabei ERI-SAT-1, Irlands erster Satellit überhaupt, auch ein 2U-Cube-Set, der einen Gammastrahlendetektor und ein Experiment zur thermischen Beschichtung für zukünftige Raumfahrzeuge trägt. Der Satellit wurde von einem studentischen Team des University College Dublin mit Unterstützung des ESA Education Office, also dem Bildungsbüro der ESA, entwickelt, denn ERI-SAT-1 wurde durch das Fly Your Satellite-Programm der ESA finanziert. Bei diesem Programm können sich studentische Teams aller ESA-Mitgliedländer bewerben, um bereits während des Studiums ihre eigenen Satelliten zu entwickeln und ins All zu starten. Ziemlich cooles Format, würde ich sagen. Angola hat als 33. Land die Artemis-Accords der NASA unterschrieben. Klar, Artemis-Programm ist auch ein politisches Instrument, um die weitere Nutzung des Weltraums abseits des Weltraumvertrags im US-amerikanischen Interesse zu regeln. Aber auch wenn Angola noch kein eigenes Raumfahrtprogramm hat, betreibt es mit Angosa 2 unter anderem einen eigenen geostationären Kommunikationssatelliten. Hoffen wir, dass man das in Europa vielleicht noch nicht so ganz auf dem Zettel hat. In Afrika hat man die Bedeutung des New Space und seine Möglichkeiten sehr wohl erkannt. Da werden wir in den nächsten Jahren definitiv noch einiges sehen. Artemis-Programm steht erst einmal aber für die Rückkehr der NASA zum Mond. Mit der Besonderheit, dass man eben dieses Mal strategische Partner mitnimmt. Tatsächlich wird die erste amerikanische Mondlandung seit Apollo 17 1972 dann wohl nächstes Jahr stattfinden. Zwar noch robotisch und ohne Crew, jedoch spannend kommerziell und als Service. Mit Astrobotic, Firefly und Intuitive Machine sind gleich drei Firmen mit sechs Landemissionen für 2024 im Commercial Lunar Payload Services Programm unterwegs. Dabei sein wird mit Sicherheit auch die erste kommerzielle Mondlandung. Ein Eintrag für die Geschichtspiecher, der ja immer noch nicht abgeräumt wurde. Mit dem Yaksa-Mondlander Slim könnte nach der Sowjetunion den USA, China und Indien nun Japan das nächste Land sein, das erfolgreich eine Mondlandung absolviert. Und derzeit plant die Yaksa eine hochpräzise Landung für den 20. Januar. Ein Backup-Fenster, das besteht am 16. Februar. Beide Termine habe ich mir fett in den Kalender eingetragen. Ich würde sagen, das schauen wir uns zusammen live an, oder? Hashtag Apollo-Moment. Die indische Mondlandung des Vikram-Länders, die hatten wir uns ja auch hier auf dem Kanal live angeschaut. Überraschend, weil nicht angekündigt, hatte der Länder ja dann sogar noch einen Hopp durchgeführt. Eine Fähigkeit, die in Zukunft sehr wichtig wird, wenn die Reichweite von robotischen Motionen auf dem Mond noch vergrößert werden soll nach einer Landung oder sogar Proben zur Erde zurückgebracht werden. Das ist analog zum chinesischen Shang-Yi-Mondprogramm für die nächste indische Mondmission Chandrayaan-4 geplant. Der Mondorbiter von Chandrayaan-3 hat dazu jetzt eine erste Kostümprobe absolviert, denn nach dem Abschluss der Primärmission ist er mit einer vorhandenen Treibstoffreserve zur Erde zurückgekehrt. Glückwunsch an Indien zu diesen Meilenstallen. Ja, Indien ist jetzt schon sehr stark in der Raumfahrt und als einzelnes Land nach den USA, China und Japan, was Exploration angeht, definitiv vor Russland auf Platz 4, würde ich sagen. Beim Thema astronautische Raumfahrt will Indien ja nach Russland, den USA und China 2025 das vierte Land überhaupt werden, das eigenständig einen Menschen ins All bringt. Bisher gab es mit Rakesh Sharma nur einen indischen Astronauten, der 1984 mit einer Soyuz ins All flog. Nach dem gleichen Meilenstein wie China will ja Indien eine eigene Raumstation aufbauen und sogar mal Menschen selbstständig auf den Mond bringen. Diese Ambitionen, die wir immer in den USA natürlich an sich binden, da hat die Woche folgende Nachricht für Aufsehen gesorgt. Die NASA wird zwei indische Astronauten für eine Mission zur ISS 2024 ausbilden. Einer dieser Astronauten soll gegen Ende 2024 schon zur ISS fliegen. Die NASA und die Vereinigten Arabischen Emirate führen Gespräche über die Entsendung von Emirati-Astronauten zum Mond. Ja, diese Verhandlungen sind natürlich auch Teil des Artemis-Programms der NASA. Bisher wurden nur amerikanische und kanadische Astronauten für Flüge im Rahmen dieses Programms ausgewählt. Ja, und seien wir ehrlich, eigentlich machen wir uns hier in Europa mit dem ESM auch Hoffnung auf einen Europäer auf dem Mond. Zugesichert wurde der ESA aber bisher nur Flüge zum Gateway. Die Emirate haben jetzt ihr Interesse bekundet, für das Gateway eine Luftschleuse zu liefern. Sollten wir definitiv beobachten das Thema. Wie auch immer man zu den politischen Systemen auf der arabischen Halbinsel steht, wenn es um Geld oder politische Entscheidungskraft geht, ist man da vermutlich besser aufgestellt als in Europa. Apropos persischer Golf. Ganz interessant, der Iran hat diese Woche erneut Tierensei geschossen. Das war nur suborbital, aber was dann doch bemerkenswert war, mit der Ankündigung, die verwendete Technik, die soll auch dafür verwendet werden, mal Menschen suborbital über die Kaman-Linie zu tragen. Also vergleichbar mit dem Flug von Alan Shepard, die mit einer Redstone-Rakete im Prinzip auf einer weiterentwickelten deutschen Vf2 1961 suborbital die Grenzen zum Weltraum überschritten hatte. Den Vergleich bringe ich auch deshalb, weil das iranische Raketenprogramm natürlich auch einen militärischen Ursprung hat. In Europa arbeitet übrigens das dänische Raketen-Startup Kopenhagen Suborbitants an einer Suborbital-Rakete mit Crew-Kapsel. Der Start aus dem Iran war jetzt natürlich nicht der einzige Start in der letzten Woche. Am Montag ist eine lange Marsch 2C von Jin Kwan gestartet. An Bord ein ägyptischer Erdbeobachtungsathlet. Auch am Montag, 4. Dezember, hat Südkorea eine dreistufige Feststoffrakete mit einem SAR-Radartestathleten für seine Streitkräfte gestartet. Bemerkenswert, ein Sea Launch, also ein Start von See, von einer Mock-Up-Barch. Das ist also im Prinzip so ein Ponton, sowas ähnliches wie ein Drone-Chip. Aber wenn es die Wassertiefe erlaubt, wird das mit Stelzen aus dem Wasser gehoben und kann dann nicht so stark von Wind und Wellen beeinflusst werden. Am Dienstag hat Galactic Energy seine Feststoffrakete Ceres-1 von Jin Kwan gestartet. An Bord ein Kommunikations-Satellit und ein Erdbeobachtungs-Satellit. Auch am Dienstag der nächste Sea Launch, diesmal aus China. Der staatlich entwickelte Smart Dragon 3. Der hat einen Test-Satelliten für die staatliche Internetkonzentration gestartet. Es ist der dritte chinesische Start in diesem Jahr, bei dem Satelliten zum Test von Satelliten-Internettechnologie gestartet wurde. China plant den Aufbau einer nationalen Satelliten-Megakonstellation mit dem Namen Huawang mit 13.000 Satelliten im Leo. Am Donnerstag ein Starlink-Start von Cape Canaveral und am Freitag dann der nächste Starlink-Start, diesmal von der Westküste. Und zwar die 179. erfolgreiche Booster-Landung am Stück. Das beeindruckt uns schon nicht mehr. Beachtlich schon eher, es war der 93. Start von SpaceX in diesem Jahr, von denen übrigens 91 mit bereits geflogenen Boostern erfolgt sind. Damit wird das selbst gesetzte Ziel von 100 Starts von SpaceX zwar knapp verfehlt, trotzdem natürlich eine verrückte Zahl. Vor allem, wenn man weiß, dass SpaceX-Rekord im letzten Jahr bei 61 Starts lag. Laut eigenen Angaben ist man bei SpaceX weiter auf Kurs und will 80% der weltweiten Nutzlast 2023 in den Orbit bringen. Absurde Vorstellung da, Starship könnte die gesamte Nutzlast von SpaceX in diesem Jahr mit drei Flügen in den Orbit bringen. Natürlich nicht in unterschiedliche Orbits. Starship, klar, Methalox als Treibstoffkombination. Noch ist allerdings die einzige einsatzbereite Methalox-Rakete die Suke-2 von dem chinesischen Raketensleiter Landspace. Die Suke-2 ist am Samstagmorgen zu ihrem dritten Flug aufgebrochen. Es war der zweite erfolgreiche für diese Rakete. Die Nutzlast ist mir leider nicht bekannt. Amazon hat nun doch einen Vertrag mit SpaceX für den Start einer nicht spezifizierten Anzahl von Satelliten für sein Projekt Kuiper unterzeichnet. Ab Mitte 2025 sollen diese dann mit drei Falcon 9-Raketen starten. Vermutlich wurde es dann doch da etwas eng mit den 3200 bei der FCC beantragten Satelliten, von denen ja bis Mitte 2026 die Hälfte gestartet werden müssen. Von den jetzt vier gebuchten Raketen, Vulcan, Ariane 6, New Glenn und Falcon 9 ist ja die Falcon 9 die einzige Einsatzbreite zur Zeit. Vielleicht auch ganz interessant, der erste Cygnus-Raumfrachter für die ISS, der mit einer Falcon 9 gestartet werden soll, der steht kurz für die Übergabe an SpaceX. Thema Raketen-Startup Stokespace hat erste Bilder seiner Nova-Rakete geteilt. Genauer, der ersten Stufe der Nova-Rakete. Ich hatte darüber ja berichtet, im September hatte Stokespace mit einem Oberstufendemonstrator einen kleinen propulsiven 10-Meter-Flug absolviert. Stokespace hat sich von Anfang an auf die Entwicklung einer vollständig wiederverwendbaren Rakete konzentriert und die zweite Stufe als schwierigstes Teil dazu identifiziert und dann damit der Entwicklung angefangen. Angetrieben mit einem Multitriebwerks-Aerospike für Orbital Insurgion und propulsiver Landung macht Stokespace viele Dinge komplett anders als zum Beispiel SpaceX und das Starship, so auch das regenerative Hitzeschild für den Wiedereintritt. Eine Idee, die man bei SpaceX ja für das Starship wieder verworfen hatte. Eine Ähnlichkeit mit SpaceX dann aber doch. Die erste Stufe soll mit einem Full-Flow-Staged-Combustion-Triebwerk angetrieben werden. Also dem König der Flüssig-Raketentriebwerke. Das SpaceX Raptor ist ja bisher das einzige flugerprobte Triebwerk in diesem Zyklus. Ein geübtes Auge konnte das Stoke-Triebwerk jetzt auf dem veröffentlichten Bild erkennen. Nur ein verpixeltes CAD-Bild. Wir freuen uns auf Werte und feuriges Bildmaterial dann in naher Zukunft. Apropos Ähnlichkeiten. Ich sehe hier einige Ähnlichkeiten bei folgenden Konzepten für Raketen des chinesischen Raketen-Startups CAS Space. CAS Space ist eine Ausgründung der chinesischen Akademie der Wissenschaften, ja also der staatliche Raketenentwickler. Stoke Space mit Erststufentank, ESAS Vega ohne Tanks, wie mein Kumpel Andrew Parsonson von European Space Flight berichtet, gab es einen ungewöhnlichen Zwischenfall bei der italienischen Firma Avio, die unter anderem für die Vega und die Booster der Ariane 6 zuständig ist. Dort sind zwei von vier Treibstofftanks verschwunden. Diese zwei Tanks verschwanden einige Monate vor dem geplanten letzten Start der Vega. Mittlerweile wurden die Tanks wiedergefunden, aber letztendlich in einem nicht nutzbaren Zustand zerquetscht und neben Müll auf einem Schrottplatz. Da alle Produktionslinien für die Vega geschlossen wurden, die soll ja ausgemustert werden, können keine neuen Tanks für die letzte Rakete hergestellt werden. Es wird nun untersucht, ob vier Prototypen-Tanks verwendet werden könnten, die vor dem Vega Erstflug 2012 gebaut wurden. Die zweite Lösung besteht darin, die AvonPlus-Oberstufe der neuen Vega C zu verwenden. Die Vega C, die ist nach einem Fehlstart und nach einem Prüfstandsfehler ja weiter nicht einsatzfähig. Bei solchen Nachrichten natürlich nicht so ganz einfach, die deutschen Sprachen für Raumfahrt zu begeistern. Da geht wieder ein riesen Dankeschön an alle Schutzengel, also alle, die Senkrechtstarter regelmäßig monetär unterstützen. Als kleines Dankeschön gibt es ja für euch alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachen für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Ja, wird leider noch ein bisschen dauern, bis ich hier europäische Starts ankündigen kann. In der kommenden Woche dafür Starts aus den USA, China, Neuseeland und Kasachstan. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte von Xi Cheng eine lange Marsch 2D gestartet sein. Am Montag dann leicht verschobener Falcon Heavy Start mit X-37B, dem Raumgleiter für die Space Force. Auch am Montag ein Starlink-Start von Cape Canaveral. Am Mittwoch, 13. Dezember hoffentlich wieder ein Elektron-Start aus Neuseeland. Am Freitag noch ein Falcon 9 Start von Cape Canaveral. An Bord ein schwedischer Kommunikations-Satelliten für den Geo. Und den Wochenabschluss könnte dann eine Soyuz 2.1b mit einem russischen Wetterbeobachtungs-Satelliten von Baikonur ausmachen. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön sehr gerecht bleiben. Dein Mau. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.